Willkommen bei YouTuber! Das erste Video von Call of the Dead Ransdwarf. Jetzt sagen wir da mit Derek, sagen wir mal Hallo. Hallo! Servus! Ich bin es gewohnt in diesem Spiel, da ich noch relativ neu bin, zu losen. Aber höchst grad nix losen. Du musst doch auch so. Ja, aber so nicht. Nee, den D-Mausmaß. Aber heute ohne Würde, ja? Ja, heute los ich ohne Würde. Da sind hier irgendwo ein paar Neger ein. Ja, der Tittenkopf, der Gamer, gehör ich's auf'n Gurg! Der schießt aber wie der letzte Wichs einer, so wie ich. Wer? Der Typ? Nee. Hach, f*** dich! Oder was ist denn da? Scheiß Typ! Alter, war der schnell jetzt! Schnauze hier! Arschloch! Jetzt krieg ich ja wieder eine von Bug-Pfeifen da! Verneger, Alter! Häh, mal weiter konzentrieren, Ernest! Scheiße! Alter, ihr habt nicht gewusst, dass das Ding zerreißen kann! Ich hab'n F***, ey! Ich hab'n F***, ey! Ich hab'n F***, ey! Ich hab'n F***, ey! Wir haben die Kontrolle! Ein G-Niger, Alter, der kommt durch jetzt der Röhr! Ha-Ha-Ha-Ha! Nein! Was ist mit dem hier für ein Lösch? Alter! Nein! Nein! Hat er dir auch? Hat er dich auch? Der Arsch mit Ohren! Ich hoffe, er hat der Arter erwischt! Du bist hinterher am gestart! Ja, so ein Ruck ist vielleicht! Huch! Nein! Ich hab'n meine Schong für mich knackig machen zu dürfen! Bäh! Also Auszeichnungen, hagelst du gleich einmal! Boah! Ah, komm mal! Dann lass dich ficken von meiner... ...Symtex tot! Hu! Hoho! Ovan hat's gefressen! Und das Wasser tut! Ha-Ha! 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 Nein! Warten! Hu! Na, die wird jetzt knabbern! Nein, da kommt wieder einer von der Seite angeschissen! Ich glaub' ich krieg wenig für mich im sauren Leben! Nein, ich war so daneben! Bleib ehrlich, ich loser! Ich kann eine Karriere mehr machen! Nein! Meinst du? Oh, oh! Da ist was Radioaktives! Was hat das zu bedeuten, das Zeichen? Da geht's sicher voll! Bei meiner, bei meiner, bei meiner, bei meiner, bei meiner, bei meiner! Huch! Nein, komm nicht näher an der Bengt! Ha, jetzt legen wir alle zwei da! Oh, oh! Oh! Ich hab' jetzt einen, einen Typen von mir Bomberler gekäft! Ach du Scheiße! Ich hab' den nächsten dritten Arsch! Nein! Ich hab' gemessert! Verdammte Scheiße! Hey, ja! Bombs! Puh! Ja, bei dem Spiel kann man nicht nur Aggressionen beseitigen, man kann sie ja recht leicht aufbauen! Wir haben die Führung verloren! Wir haben die Führung verloren! Wir haben die Führung verloren! Nein! Haha! Wichser! Der bleibt eiskalt! Der hat sich! Der war doch, durch denssch! Er rief! Heyo! Hallo! Ich weiss, ich bin dumm! Fuck you! Oh oh! Ich schieße mit der letzten Luch grad! Das ist tot! Okay, das kann man nicht kaputten! Jetzt bin ich wieder leise! Gefick! So gegen das sind wir ja immun, haha! Ihr Lucho! Scheiße, ich hupfe jetzt nichts, Alter! Ja, so geht's dann, wenn wir die Karten noch nicht kennen! Diese scheiße Themen hätte ich noch auf dem Sack! Ah, ich hab das nicht zum Glück! Ich bin immun gegen das! Ja, egal wo du immer immun bist! Mhhhhh! Ja, aber voll scheiße! Digga, was los ist mit deinem Sport? 10, 19, Alter! Ja, du bist homo, Alter! Ja, das ist sicher so, das hört man! Ja! Ha, ha ha! Are you mad, Bro? Fud, ey! Are you mad! Are you mad, Bro? Fud, ey! Are you mad! Ohh Ha ha ha! Fah, raus aus dieser Lobby So, jetzt haben wir gerade drei Leute, oder? Zwei ganzen